Moin zusammen, mein Name ist Sven und ich bin Produktexperte für Server 1.2.3. Heute geht es zum Punkt den Polygonabfragen. Ein alter Hut, wenn man an Server 1.2.3 Connect denkt. Mittlerweile aber auch konfigurierbar im Webdesigner. Ich zeige euch, wie es geht. In diesem Beispiel geht es um die Bedarfsabfrage von E-Ladesäulen. Ich habe das Formular schon einmal vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch eine Kartenfrage, in der ich eine eigene Webkarte eingebunden habe, wo Nutzende direkt schon die Bestands-E-Ladesäulen sehen können, sowie die Stadtteilgrenzen von Bonn. Wenn ich jetzt noch zusätzlich die Stadtteilgrenzen automatisch erfassen möchte über eine Punkt-in-Polygonabfrage, kann ich zum Beispiel hingehen, ich füge einen neuen Text hinzu, nenne die Frage mal einmal Stadtteil, dann soll man es natürlich auch einmal richtig schreiben. Und jetzt der Bereich der Punkt-in-Polygonabfrage. Wir haben den Bereich Berechnung, gehen auf Bearbeiten und haben hier einen neuen Eintrag Layer. Wir wählen einmal die Tabelle aus, aus der gesucht werden soll. Ich suche einfach mal nach Bonn, das ist mein Demo-Datensatz. Wir drücken auf OK, sagen dann, welches Ausgabefeld soll denn genutzt werden, also was soll zurückgegeben werden, wir nehmen die Ortsteilbezeichnung, und sagen dann natürlich noch Daten am Speicherort extrahieren, basierend auf der Kartenfrage. Das heißt, wenn ich einen Punkt in der Karte setze, werden die Koordinaten ermittelt und über eine Punkt-in-Polygonabfrage wird dann entsprechend an derselben Stelle in diesem Dienst die Ortsteilbezeichnung abgefragt und in die Frage reingeschrieben. In der Vorschau können wir uns das einmal anschauen. Man sieht hier unseren Bereich Stadtteil und je nachdem, wo ich jetzt in der Karte klicke, wird eine entsprechende Abfrage gestartet und man sieht den entsprechend wechselnden Wert. Ein Riesenvorteil, um die Datenerfassung noch schneller und smarter zu machen. Viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal.